Rote Rosen, so steht es wirklich um Florians Sehvermögen. Lüneburg, die Folgen des Unfalldramas um Florian, Stefan Plepp, 53, stehen diese Woche bei Rote Rosen weiter im Fokus. Außerdem wird der Opferkampf schmutzig. Alles zur Telenovela aus Lüneburg erfahrt ihr hier in der Vorschau. In der am heutigen Dienstag zu sehenden 3475-Serienfolge von Rote Rosen mit dem Titel All die Wunden überzeugt Katrin, Nicole Ernst, 49, Florian, Anke, Anne Brändler, 49, und mir, Leonie Beuthener, 19, endlich von den Unfallfolgen zu berichten. Er sieht weiterhin alles doppelt und hat Angst um sein Augenlicht. Anke ärgert sich sehr, dass ausgerechnet Katrin vor ihr von seiner Sehstörung wusste. Die hat ganz andere Sorgen. Katrin ist knapp bei Kasse und weiß keinen Ausweg. Da kommt es wie gerufen, dass ihr David, Arne Rudolf, 31, eine Stelle als Reinigungskraft im Kalas anbietet. Während eines TV-Interviews verliert Amelie, Lara Isabel Rentink, 35, die Fassung. Vor laufender Kamera spricht ihr Konkurrent ums Amt des Oberbürgermeisters, Heiko, Sebastian Herrmann, 47, sie auf Dorben, Joachim Kretzer, 53, an. Es weiß doch jeder hier, dass sie den Mann auf den Gewissen haben, sagt Heiko. Richtig ist aber, dass es Amelies Talker Carsten Witte, Alexander Jaschik, 42, war, der Dorben eine letztlich tödliche Kugel verpasste. Der schmutzige Schachzug von Heiko. Wie wird Amelie darauf reagieren? Rote Rosen, droht Amelie eine weitere peinliche Enthüllung? Die am Mittwoch laufende Rote Rosen-Folge heißt brisante Details. Heiko weiß offenbar bestens Bescheid über Amelies Liebesleben und könnte dieses Wissen im Wahlkampf gegen sie einsetzen, befürchten Merle, Anja Franke, 57, und Amelie. Der Obkandidat der Konkreten lässt durchblicken, dass er von Tristan, Anthony Paul, 36, weiß, der sie hintergangen hat. Daraufhin überlegt Amelie sogar, die Kandidatur aufzugeben. Ein Dieb hat erneut Mias Fahrrad gestohlen. Anke und Florian reagieren mit Wut, Katrin dagegen kauft ihre Tochter ein gebrauchtes Rad. Wenn Mia von den finanziellen Problemen ihrer Mutter erfährt, fällt es ihr sehr schwer, das Geschenk anzunehmen. Johanna, Brigitte Antonius, 88, muss in der Zwischenzeit feststellen, dass die Kinder heutzutage ständig vorm Bildschirm sitzen. Sie springt nämlich in der Kinderbetreuung an und nimmt Lily, Joe und Sam unter ihre Fettiche. Da kommt Johanna eine Idee. Sie bringt den Kindern Doppelkopf bei. Lily, Joe und Sam finden Gefallen daran. Rote Rosen, Amelie erwischt Heiko und will ihn erpressen. Rote Rosen Folge 3477 Es hat Klick gemacht schließt nahtlos daran an. Joe, Sam, Lily und Johanna bemerken, Dass auch Ben, Hakim Michael Meziani, 54, und Britta, Jelena Mitschke, 43, zu oft vorm Bildschirm hocken, daher oft keine Zeit für sie haben. Hannah greift deshalb zu einem drastischen Mittel und nimmt den Router vom Netz. Dabei macht sie ihn aus Versehen kaputt. Zum Ärger von Ben, denn er hat seine Buchhaltung online gemacht, muss nun von vorne anfangen. Und bei Florian? Der ist weiter beunruhigt, weil er noch immer alles doppelt sieht. Gemacht er was vor. Er behauptet, es ist alles in bester Ordnung. Im Krankenhaus bekommt er von Britta endlich eine Diagnose, was mit seinem Sehvermögen los ist, physisch ist alles in Ordnung. Also müssen Florians Probleme psychosomatischen Ursprung haben. Kein Wunder, wenn seine Ehefrau nach sieben Jahren aus dem Koma aufwacht und er mittlerweile was mit deren damals besten Freundin angefangen hat. Seine Tochter Mia geht in ihrem Krankenhauspraktikum voll auf. Dabei ist sie allerdings zu mitfühlend, stellen Sarah, Antonia Jungwirth, 29, und Leo, Daniel Hartwig, 43, fest. Das Schicksal von Jolina, Hannah-Marie Hofmann, 19, deren Oma im Sterben liegt, nimmt sie sehr mit. Mia vertraut David ihren Kummer an, da macht es Klick und sie verliebt sich in ihn. Dass das Privatleben öffentlich ausgeschlachtet werden kann, erlebt Amelie. Heiko sucht neue Angriffspunkte. Amelie fürchtet eine öffentliche Blamage. Da kommt es wie gerufen, dass sie Heiko beim Fremdgehen erwischt. Mit einem Beweisfoto könnte sie ihn erpressen, Merle stoppt den Versuch. Der Wahlkampf von Lünenato soll sauber bleiben. Rote Rosen läuft immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr im Ersten. An Heiligabend wird es allerdings keine neue Folge geben. Erst am Montag, 27. Dezember, geht es weiter mit der ARD-Telenovela.